Hallo zusammen, hier ist wieder heute Laden und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar heute hier ich heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kisten aus der Garnision. Und zwar haben wir einmal hier 20 Kisten. Und zwar große Kiste mit Bergungsgut. Und ja, hier haben wir ein bisschen was vom Chamino offen. Einmal Wellensprechergürtel und ich hoffe, der ist einmal drin. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an und öffnen die Teile. Achso, ist das nicht das Wiederverwertungsgebäude? Jetzt muss ich mal gucken. Doch, eigentlich müsste das das sein. Vielleicht war ich nicht weit genug drin. Ah, jetzt funktioniert es. Okay. Aus diesen Kisten können wir alles Mögliche rauskriegen. Unter anderem kriegen wir halt hauptsächlich, wie ich gerade jetzt, die Garnisionsressourcen raus. Beziehungsweise ein paar Gear-Teile. Jetzt haben wir hier gerade ein Schild bekommen. Dann gibt es so Upgrade-Items, die, ja, sind nice to have. Da kann man seine Anhänger noch ein bisschen upgraden mit. Und dann gibt es halt ein paar Ressourcen. Jetzt habe ich auch, ähm, hier schon Dings bekommen. Bisschen Erd, bisschen Staub. Ein paar, ähm, von den Pflanzen. Und wir haben nochmal einmal Handgelenke gekriegt. Komm, gib mir den Gürtel, dass ich hier mal fertig werde. Schuhe haben wir auch noch drin. Okay, also drei Gear-Teile haben wir schon bekommen. Na komm, ein bisschen Glück muss ich doch mal haben hier. Haufen Ressourcen haben wir gekriegt. Ein bisschen Gear-Upgrade. Ein bisschen Waffen-Upgrade-Items. Hier haben wir noch. Hier unten habe ich schon einige, ne. Die stacken sich dann einfach noch weiter hoch. Zwei haben wir noch. Und komm, aufs letzte vielleicht. RIP, das war's leider. Naja, zumindest ein paar Ressourcen haben wir gekriegt. Aber leider nicht das, was ich haben wollte. Naja gut, so ist es. Vielleicht haben wir beim nächsten Mal ja ein bisschen mehr Glück. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne wieder reinschalten beim nächsten Mal. Ich verabschiede mich an der Stelle. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.